Alexi, Bexi, Hit-Überraschung in der Endcard. Bram, bram, bram. Ich glaub, ich hab genug. Werd nur ein bisschen voll. Ich sag, was mir gefällt. Egal, was du davon hältst. Und bist du mal freundlich? Glaub man, dass man schwach ist? Ich brauch noch vier, fünf Sekunden zum Durchdrehen. Doch sind noch drei lange Tage bis Freitag. Ich versuch bis Montag morgen zurückzukommen. Und es wär geil, wenn nur jemand dabei wär. Das ist, was ich will. Aufgewacht als Optimist. Sonne scheint, ich bin positiv. Doch hab gehört, der zählt's nur Mist. Halt mich zurück, sonst rast ich aus. Ich brauch vier, fünf Sekunden zum Durchdrehen. Doch sind noch drei lange Tage bis Freitag. Ich versuch bis Montag morgen zurückzukommen. Und es wär geil, wenn nur jemand dabei wär. Das ist, was ich will. Das ist, was ich will. Sitz' ich im Klass heut Nacht. Ich versuch bis Montag morgen zurück. Ich versuch bis Montag morgen. Ich versuch bis Montag morgen. Und jetzt kommt der Zähne. Und jetzt ist mein Ami. ist. Ich brauch noch vier, fünf Sekunden zum Durchdrehen. Doch sind noch drei lange Tage bis Freitag. Ich versuch bis Montag morgen zurückzukommen und es wär geil, wenn nur jemand dabei wär. Das ist was ich will. Vier, fünf Sekunden zum Durchdrehen. Doch sind noch drei lange Tage bis Freitag. Ich versuch bis Montag morgen zurückzukommen und es wär geil, wenn nur jemand dabei wär. Das ist was ich will. Na, Lust auf noch mehr Übersetzung? Kein Problem. Wie wär's mit Quorps? Ich dreh den Kopf, die Augen zu. Oder Fernsehs mit Michael Moore. Und noch viel mehr findest du direkt bei mir. Also Abo dalassen und Spaß haben. So, den Link zum Songtext findet ihr immer unten in der Videobeschreibung. Und jetzt heißt es Social Movie Night, ich komme. Also mal wieder. Naja, diesmal richtig offiziell. Deswegen ein großes Dankeschön an Marie und an Robert. Und zwar ist es so, am 1. April findet die Social Movie Night zu Halbe Brüder in Berlin statt. Das heißt also wie immer eine Woche vor Kino statt einen Film zum Gucken. Wer ist der Boss? Wer, wer ist der Boss? Du! Näh, 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 näh. Ich schulde niemandem irgendwas. Außer einer Sache. Sie drei sind Brüder. Halbe Brüder kommt also am 9.5. in die Kinos. Und zur Social Movie Night am 1. sind sogar die Hauptdarsteller mit da. Und die Hauptdarsteller sind Sido, Faria Dimm und Teddy. Und da ich auch dabei bin, kann man sich das natürlich nicht entgegen lassen, oder? So, und insgesamt werden 600 Tickets verlost. Die eine Hälfte übernimmt der Robert, also der Robert Hoffmann, und ich habe die Ehre, die anderen 300 zu übernehmen. So, und wie kommt ihr jetzt an diese 300 zu verlosenden Tickets ran, beziehungsweise auch 600? Hier unten in der Videobeschreibung gibt es einen Link zu einem Anmeldeformular, beziehungsweise Formular zum Eintragen. Da mal raufklicken, alles Mögliche durchlesen und ausfüllen, abschicken, und dann drücke ich euch dick die Daumen, dass ihr dann glückliche Gewinner dieser Tickets seid. Und als Randnotiz nicht vergessen, der Film wird in der Originalsprache, Deutsch gezeigt, und ist frei ab 12 Jahren. Und vergesst auch nicht, für eure Kommunikation bei Twitter und Co. die Hashtags bimmelbammelbitch und Social Movie Night zu benutzen. Ja, also Daumen drücken, Sonntag genießen, und wir sehen uns entweder am Mittwoch zu einem neuen Tech-Woche-Video oder am nächsten Sonntag zu einem neuen Schubi-Rubi-Video. Du bist ein... also... ...mindestens ein Abo da lassen.